So, Willkommen zurück zu einem weiteren Arcade Klassiker und gleichzeitig dem letzten Rekord den wir versuchen zu brechen und ja gleich als erstes gucken wir mal was überhaupt der Rekord ist und ja schauen wir mal kurz rein und die sind ja ok einer ist zwar tot aber ich bin mitgestorben haben nur die Flüge getroffen dann hat man sich wieder in den Ball Alter ich dein Ernst für wieder deine Flüge nein jetzt sterbe ich hier auch noch so der Rekord war nicht sehr gut was ich sogar will das heißt nicht dass wir es nicht besser machen können vor allem in drei Versuchen ich glaube nicht dass wir drei Versuche brauchen werden um das zu verbessern also let's go sie glaube ich nicht deaktivieren ok hab verstanden so 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 Ich lebe, alter Schwere. Oh, der erste Boss, lasst mich leben. Ich bin so im Arsch. Nein, der schießt einen einzelnen Schuss, den habe ich nicht gesehen. Weil ich 100.000 schießt, wow, jo. Schießt, hallo, das Schießt hat man schon gehört. Danke. Danke. Nichts ist der erste Boss besiegt. Easy in first two here. Hallo, hei, hei, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich lebe wie auch immer. Nein, nein, nein. Wie lebe ich noch. Easy. so hättest du es gewinnt ihr das war jetzt sehr viel glück gerade dass ich überhaupt noch lebe gut ich würde sagen den rekord mehr als verdoppelt auch den ersten boss geschlagen und damit haben wir alle akade klassiker von denen wir einen rekord haben das war der letzte mit rekord jetzt kommen nur noch ein paar wo wir einen neuen rekord aufstellen werden ich hoffe ihr werdet dort auch noch viel spaß haben und wir sagen sehen wir uns hier morgen wieder also bis dann auf wiedersehen ja 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 Vielen Dank.